Willkommen zurück zu einer neuen Folge fortnite. Ich versuche immer noch den epischen zu holen, aber vorher erstmal bequem hinsetzen. Ich möchte ein anderes Rückenaccessoire. Wir nehmen allgemeinen anderen Skin. Der ist zwar schön und gut, das ist jetzt mein Lieblingsskin momentan, aber ich habe hier noch den. Ne, wir bleiben bei dem. Mit Kapuze, versteht sich. Was war dein Rückenaccessoire? Ich weiß das gar nicht. Egal, wir nehmen das hier. Ne, in rot. Ja, in dem Gleiter nehmen wir auch einen anderen. Und zwar nehmen wir wieder den hier. Gut, das war's und ab einmal Spiel starten. Mal schauen, ob wir jetzt mal den epischen holen oder ob wir immer noch so der Vollnoob ohne Ende sind. Ja, mein Sohn auf der Playstation habe ich vom Level her bald ein. Der suchtet ja auch, äh, 24,7 wenn er kann. Der kommt im Grunde aus der Schule, fragt, ob er spielen darf und dann später bis abends bis ans Bett geht. Er teilt ab und zu mal mit seinen Geschwistern, dass die Oma zocken können. Also sein Bruder, seine Schwester. Die ist noch nicht so der Fan davon, obwohl die gerne zuguckt. Und, ja, was soll ich sagen? Dazu kann man nichts mehr sagen, dass man so hardcore suchten kann. So, nehmen wir einen Stub Kaffee gönnen, versteht sich. Ja, hallo, starte die Runde. Starte einfach die Runde. Wo ist eigentlich das Bad Signal? Yeah. Ja. Hab ich mir einfach mal gegönnt. Das muss sein. So, bedanken nicht vergessen. Ey, hab ich gönnt. Ich war der Erste. Cool. Wo gehen wir hin? Wo gehen wir hin? Wo war man noch nicht? Äh, du Heimatland. Da ist ein Haus, da gehen wir hin. Da springen sie alle raus und ich mach das Gleiche. Ich müsste mal wieder eine Runde Gruppenkeile zocken, um die ganze Map aufzudecken. Ja, vielleicht praktisch halt es immer nur um Solo. Ähm, wir gehen als erstes da hin. Weil hier einer landet. Ja, den ersten Hammer. Ja, den ersten Hammer. Ja. So, einmal hier runter. Ach, komm. Ernsthaft? Keine Munitionskiste? Ah. Ja, gut. Jetzt hab ich sie wieder aufgesammelt. Komm ich nicht drüber. Toll. So. Wo müssen... Oh, ja. Wir müssen dann auf jeden Fall... Ja. Wir looten doch schnell das Haus hier oben. Und da ist dann auch nochmal eine Kiste. Nice. Ach komm, schon so fett bin ich doch gar nicht. So, die nehmen wir mit. Ach, die will ich ungern haben. Die liegt mir einfach nicht. Oh, aber die. Okay. Äh. Du, 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 du. Ernsthaft? Das ist Nacht geworden? Okay. 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 So, da haben wir noch einen kleinen... Oh, hier sind ja noch mehr. Ach, das stimmt ja. Wir sind ja direkt bei der Stadt gelandet. So, der Name wird ja eher schlecht. Es ist sonst noch eine Dame. Jetzt erst einmal listen. Musik. So, da bin ich ja erst einmal quantitiert. die will ich haben und ich habe sie nix los in meiner ecke schade schade ich bräuchte aber noch ein schild dran die die aber hier war jemand scheiß ja das war dann wieder ein bot die dinger looten und alles andere stehen lassen ja das kennt man ja gucke ich falsch oder hier ist ein pilz ja das ist kein guter fahrer auf jeden fall das ist kein guter fahrer scheiße aber was würde ich machen ich sage ich bin anfänger und ein voll nur aber trotzdem spaß gemacht das war es dann aber auch mit der folge für jetzt für heute für keine ahnung wie lange auch immer ich habe nicht immer zeit aufzunehmen deswegen kommen die nur ab und zu und ja wenn es euch gefallen hat das daumen nach oben da das kommentare da und schaut wie wir sehen uns zum nächsten video bis zum nächsten mal bis zum nächsten mal Untertitelung des ZDF, 2020